Hallo! Ich werde drei verschiedene Sachen machen. Eine Entree, eine halbe Neue und das ja. Bei der Entree möchte ich meinen Thomas zu gehen. Die hat mich drauf gewusst. Ich mache ein bisschen einig das. Eine Knüffelige Suppe mit Krevetten. Grieß, krevet-grieß. Und mit rosa Krevetten. Und hier machen wir dann ein Brot. Und ein Stück Fleisch, das wir kriegen. Da wird man ein Muster erreichen. Hier mit Erdbeeren und hier an den Ohrenrahmen geheuern. Dabei gibt es dann keine Pappdus. Die kleine Säße, die da drin ganz viele Leute gerne. Dabei gibt es auch einen Salot mit großen Scheiben. Und ein kleiner Zwiebelchen. Hier drüber. Super gut gedacht. Am Donau und dem Treppel Urland. Ich gucke und sehe seine Ohren mal ganz gerne. Machen wir einen Kaiserschmarrn. Und wie ihr in der Gesundheit könnt ihr noch ein paar Varianten machen. Hier habe ich eine Spicy-Variante gemäht. Ich will keine Spicy-Variante machen. Ich mache eine normale Variante mit normaler Korinther. Und auch eine Variante mit Cranberries. Weil die klangen nicht zu Korinther, nicht zu gären. Und weg gibt es dann noch mit kandierten Zucker. Und soweit wird es vorbereitet. Es ist ein paar Jahre, dann drei Menü anzumachen. Und dannpetto noch einmal. Herr Schäfer, ich gehe bei mir an, wo wir hier sind. Ich gehe bei mir an, wo wir hier sind going.